Ja, meine Damen und Herren, einen wunderschönen späten Nachmittag, guten Abend. Ich hoffe, Sie hatten soweit einen angenehmen Tag. Ja, wettermäßig ist es ja nicht so toll, zumindest in unseren Gefilden im Osten nicht. Man hört ja, im Süden ist es sonnig, schön. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit mir diesen kleinen Walkthrough durch EZ3, ja, mein Name ist Helena Hirsch. Ich bin die mit der Inventarnummer, sprich schon sehr lange bei der Veritas, eigentlich schon in Pension, aber mit großer Freude dabei, EZ, nicht nur bei den ersten Schritten, sondern mittlerweile läuft das Baby ja oder das Kind auch schon recht gut zu begleiten und freue mich, dass ich, wie gesagt, Ihnen heute ein bisschen das neue EZ3 näher bringen darf. Und wie gesagt, im Chat für Sie die Veritas Schulberaterinnen, Ihre regionalen Schulberater, die auch für alle Fragen zur Verfügung stehen. Ja, dann können wir eigentlich uns mal aufmachen zu neuen Horizonten. Nicht umsonst ist das der Untertitel vom EZ3, weil da geht es definitiv in relativ viele neue Horizonte rein und die wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Sie sehen noch zwei Sachen auf der Folie. Das eine ist im Titel One for All. Was heißt das? Es heißt ganz einfach, dass es bei EZ3 eine Ausgabe für alle Schülerinnen gibt. Also keine differenzierten Ausgaben, sondern ein Buch für alle Schülerinnen. Und das Zweite ist natürlich in der unteren Zeile, das möchte ich auch noch. Selbstverständlich gibt es wieder, wie Sie schon gewohnt sind von EZ1 und EZ2, die vier Teile des Students Kit, also das Book, das EZ Pad, der Übungsblock, dann die Grammar und How-To's und die Vocab and Sounds. Also da hat sich nichts verändert, während in anderen Bereichen durchaus. Ich möchte mich heute darauf konzentrieren, was sich verändert gegenüber Band 1 und 2, von dem ich jetzt mal ausgehen möchte, dass Sie es auch zumindest schon gesehen haben, beziehungsweise kennen, im besten Fall auch der Mitarbeitenden in diesem Fall, kennen Sie es natürlich schon sehr, sehr gut. Was verändert sich, was verändert sich nicht und warum verändert sich was? Warum muss sich teilweise auch was verändern? Und wie Sie da schon auch sehen, gibt es ja verschiedene Rubriken, die wir uns da anschauen möchten. Einerseits nochmal das Format, dann die Characters, Texte, Themen, grundsätzlich einmal das ganze Look and Feel, dann das Magic Element, dann Wortschatzarbeit, Struktur, also Grammatik und Language and Use. Und natürlich auch hier differenzieren, individualisieren, personalisieren, ein ganz großes Thema, besonders wenn es nur eben ein Buch für alle gibt. Und dann noch eine extra Unit, die ist auch neu und wird auch immer wichtiger, nämlich Reading und Viewing. Und nach diesem Pattern wollen wir jetzt vorgehen. Es geht, und das darf ich vielleicht noch vorab betonen, ausschließlich heute um das Students Kit, sprich um die vier Teile, die schon auf der vorvorletzten Folie drauf waren. Ich gehe heute nicht ein auf digitale Produkte, auf den Produkt Kranz und wie alles zusammenspielt. Auch das werden wir noch machen, aber es ist ja auch nicht alles erschienen. Easy 3 kann ja jetzt erst bestellt werden und ist dann ab Herbst an den Schulen. Und bis dahin ist dann auch alles fertig. Also es wird dann auch wieder Webinare geben, wo wir uns das Ganze als großes Paket anschauen möchten. Ja, dann gehen wir vielleicht gleich zu einem sehr offensichtlichen Punkt, wichtigen Punkt. Das Easy Book. Das Easy Book ist im Vergleich zu den beiden Bänden 1 und 2, diesmal im Format A4 hoch. Es ist und bleibt das Book, das Kernstück im Unterricht. Es bleiben auch die Mikro-Lerneinheiten, die Sie von den ersten beiden Bänden schon kennen. Die Bildschirmseite auf der oberen Seite des Querformats und die Tastaturseite, Aufgabenseite unten zum Reinschreiben. Das Format der Mikro-Lerneinheiten bleibt. Es ist allerdings nur so, dass die Seiten jetzt nebeneinander sind. Also nicht untereinander, sondern nebeneinander. Aber Sie haben nach wie vor die Impulsseiten und die Taskseiten und dieses überschaubare, kleinschrittige Arbeiten. Also da hat sich nichts geändert. Was sich geändert hat, sind einfach die Länge der Texte und auch die Textsorten. Und längere Lesetexte verlangen einfach auch nach dem A4-Hochformat, weil sie da besser dargestellt werden können. Die längeren Lesetexte, die authentischen Textsorten entsprechen auch viel mehr der Altersgruppe und dem Lernniveau der Schülerinnen in der dritten Klasse. Und daher ändert sich da jetzt ein bisschen was, aber natürlich für die Altersgruppe angepasst beim Format. Also A4-Hoch. Aber damit ist es ja noch nicht getan. Auch die Characters wachsen mit und verändern sich. Ich habe oben nochmal den Vergleich hingegeben von ein paar Characters von der ersten Klasse zur dritten. Also da ist schon bei einigen mehr, bei anderen weniger ein ziemlicher Unterschied. Man sieht also, sie wachsen, nicht nur körperlich. Sie entwickeln sich weiter. Pubertät am Start beziehungsweise schon im vollen Gange. Das Aussehen verändert sich, die Interessen verändern sich. Und das ist ja bei ihren Schülerinnen auch nichts anderes. Daher bleiben auch bei den Figuren, die dieser Identifikationscharakter durchaus enthalten. Die Figuren bleiben auch Teil der Overall Story. Es ist ja doch, und die sind eigentlich die Bindeglieder zwischen den neuen Themen und vielen Texten. Aber sie sind nicht mehr diejenigen, die die Storyline so echt, ich würde nicht sagen, vorantreiben. Weil das tun sie hier im Hintergrund auch. Aber die Storyline an sich überhaupt formieren. Und das sieht man vielleicht auch, wenn ich da gerade mal, wo ist mein Pointer? Sie sehen, es ist immer ein bisschen was einfärbig gezeichnet und dann auch wieder teilweise ein bisschen mit Farbe. Und das signalisiert auch so ein bisschen, ja wir sind da, wir führen euch weiter durch. Wir sind weiterhin für euch da. Aber wir sind nicht mehr diejenigen, der One and All, so wie es im Band 1 und 2 mit den großen A4-Illustrationen ja auch der Fall war. Dann gibt es noch zwei neue Freunde, symbolische. Das ist Eric und Elvis. Da geht es also, und Sie werden es ja eh schon wahrscheinlich irgendwie mitbekommen haben, da geht es ums Lesen. Also Everybody Reads in Class und der Elvis Everybody Loves Video in School. Noch dazu nette Anagramme. Also wie gesagt, die beiden werden wir uns dann später im Laufe nochmal ein bisschen genauer anschauen. Jetzt nur so viel. Sie sind also, Sie haben, Sie joined Mirrors Club sozusagen. Ja, ganz kurz nur zur Erinnerung. So schauen Sie also jetzt aus. Es gibt ja wieder im Book eine Book Rally. Und da sollen die Schüler auch wieder, auch um sich zu erinnern, natürlich zweite, dritte Klasse, Ferien dazwischen, ein bisschen die Characters erinnern. Wäre das jetzt eine interaktive Veranstaltung, würde ich Sie jetzt ersuchen, die Namen einzusetzen. So werden wir das lassen. Aber Sie sehen, wie gesagt, also man sieht schon, dass Sie da ganz schön, ja, sich einfach verändern. Ja, dann gehen wir gleich als nächstes zu den Themen und Texten. Ein kurzer Auszug oben aus dem Inhaltsverzeichnis. Sie sehen, so ein Topic, ein Topic, das Topic 3 habe ich genommen. Da geht es also um Music, um Talents und aber auch um Teenage Problems. Jeweils wiederum die Units mit den Impulsen A und B. Was jetzt aber schon anders ist, und das werden Sie jetzt, Sie sind ja gewohnt, den Impuls C, also diesen Wiederholungsimpuls. Da gibt es jetzt zwei Dinge, und zwar einerseits Your Pages und andererseits Your Challenge. Die Your Pages sind ein sehr durchdifferenziert, individualisiertes Angebot an weiteren Übungen. Nicht nur zur Wiederholung, sondern eben auch zum Festigen, zum Weiter zu den nächsten Schritten machen. Während die Your Challenge, das ist ein bisschen so in die Richtung wie die in Band 1 und 2, My Page und My Task, war also teilweise auch kreative Aufgaben in auch Mini-Projekte. Auf jeden Fall völlig in Richtung Personalisierung und Individualisierung gedacht. Ja, und dann habe ich noch einen ganz winzigen Ausschnitt, und bitte keine Sorge, Sie bekommen ohnehin die Unterlagen nachgeschickt, da sehen Sie es dann auch groß, welche der Textsorten da jetzt schon vorkommen. Also nicht nur, dass die Lesetexte umfangreicher und länger werden, mehr und länger, sondern es kommen auch die verschiedensten Textsorten schon zum Einsatz. Also das beginnt beim Diary Entry, Formal Letters, Book Reviews, Film Reviews, Travel Blog, Reading Charts. Bis vor Zeiten, als die neue Matura so reingekommen ist, war also ein Chart maximal was, was man mal in der HAC oder HTL, also in der BHS, angeschaut hat. Das geht jetzt immer früher und je öfter und je früher man es übt, umso leichter haben es die Schüler dann in einer weiterführenden Schule, also in der Oberstufe oder in einer Berufsbildenden, wenn sie also diese ganzen Skills schon erworben haben. Dann Informal E-Mail, Guided Story, Fact File, Biography, News Report. Schauen wir uns da vielleicht gleich ein paar Beispiele noch an. Und bitte nicht erschrecken, das ist einfach nur, um einen visuellen Eindruck zu bekommen, wie es ausschaut. Ich will auch nicht näher darauf eingehen. Hier hätten wir sowas, Analyzing, Reading Graphs. Wenn man sich jetzt täglich die Zeitungen anschaut mit den ganzen Corona-Statistiken, dann würde ich mal sagen, comes in handy. Hier haben wir die Book Reviews. Da geht es also, wie gesagt, ein Fokuspunkt auf Lesen, der ja schon eigentlich bei Easy im Band 2 begonnen hat, mit der Reading Night und mit den kleinen Book Reviews, die die Schülerinnen da geschrieben haben. Mittlerweile geht es jetzt schon so richtiggehend, ja, nicht ganz ins Eingemachte, aber wie gesagt, Lesen hat also einen großen Stellenwert. Und da haben Sie dann zum Beispiel eben so Beispiele für Book Reviews, länger, kürzer. Und Sie werden auch später noch sehen, es gibt Hilfestellungen. Da geht nichts ohne Scaffolding. Dann wäre da zum Beispiel von der Malala ein Auszug oder eine Zusammenstellung ihrer Speech, die sie gehalten hat. Also ist natürlich ein Jugendthema von einer Jugendlichen. Und da geht es also, wie gesagt, schon um zusammenhängenden Blogtext. Also da sind keine Bilder drinnen, da sind keine unterstrichenen oder hervorgehobenen Satzteile oder sowas. Also da gehen wir schon wirklich sehr in die Reading Skills. Und dann wären da noch so kurze Biografieabschnitte oder kleine Reports und Fact-Files über irgendwelche Stars. Also auch das ist vorhanden und für die Schüler zum Bearbeiten. Und wenn man sich so anschaut, das ist gar nicht mal so kurz, das ist auch Blogtext. Natürlich gibt es Bilder dazu. Aber wie gesagt, da können sich die Schülerinnen schon apply themselves, sage ich jetzt mal. Ja, also wie gesagt, zu den How-Tos kommen wir später eh noch zurück. Wie ich schon angedeutet habe, mit dem Magic ist es mehr oder weniger vorbei. Ich kann mich noch gut erinnern, wie Kolleginnen im ersten und zweiten Jahr gesagt haben, na, ist ja lieb, die Geschichte, aber das Magic, das interessiert sie ja da nicht mehr. Genau, eben darum gibt es es auch da nicht mehr. Die Magic-Elemente verschwinden zugunsten von Real Life. Und dieses Real Life wird eben durch die Texte, durch die Themen immer mehr, rückt immer mehr in den Vordergrund. Die Ende des zweiten Bandes steht Mira ja vor einer Entscheidung, nämlich verzichtet sie auf ihre Zauberkräfte und wird eine der Klick, gehört also dazu, oder behält sie sie und ist eigentlich dann ein bisschen, also der Outsider, ein bisschen exposed. Ja, hier haben sie die Auflösung des Cliffhangers. Sie verzichtet auf ihre Zauberkräfte. Damit ist natürlich dann auch mit vielen, sage ich jetzt mal, diesen funny, different funny things Schluss. Aber wie gesagt, wir sind ja im Real Life und daher ist das auch gut so. In der Rally, in der Book Rally wird natürlich auch darauf Bezug genommen und da steht der Spruch, und der hat mir eigentlich gut gefallen, no more magic, that's not tragic. Der Magic Wand, den die Mira so immer als Hilfestellungen, besonders auch bei der Grammatik, eingesetzt hat, den gibt es nach wie vor, nur ist er nicht mehr ganz so magic. Schauen wir uns vielleicht nur ganz kurz den Verzicht der Zauberkräfte an und dann komme ich gleich nochmal auf das Magic zurück. Gleich auf der ersten Seite, Mira's Dilemma, Topic 1, Unit 1, Task A, also diese Important Decisions. Sie ist also da sehr hin und her gerissen zwischen was soll ich tun, wenn ich das mache, passiert das, wenn ich das mache, passiert das oder passiert das nicht. Passt natürlich wunderbar zur Einführung des Conditionals, das ist eh ganz klar, also das ist ja aufgelegt und wie Sie hier sehen, geschieht das dann auch. Warum ich aber diese Seite herzeigen möchte, ist eigentlich wegen des B-Teils. Da schreibt die Lilly in ihr Diary, ja, sie hat sich da so in den Ferien verliebt, alles gut und schön, aber, und ich habe es Ihnen da extra auch noch gehighlighted, sie schreibt auch über das Problem, das Mira hat, wo sie zuerst nicht drüber sprechen wollte und dann aber doch drüber gesprochen hat und sie jetzt alle, dass ihre ganzen Freunde jetzt sehr gespannt sind, was wird sie tun. Und ich denke, ich finde das auch sehr, sehr schön, also gerade jetzt, wo in den Medien und so immer wieder auch dieses ich berichte von mir und ja, der Rest soll es auch tun oder auch nicht, aber das ist wirklich eigentlich ein sehr, ein sehr schönes Beispiel dafür, dass, also es nicht nur Mira selber darunter leidet, sondern sich auch ihre Freunde, mit denen sie ja sehr endbefreundet ist, also der Human Factor sehr stark ist, sich auch Sorgen machen, wie wird sie sich entscheiden, wie wird sich das auf uns auswirken. Also finde ich aus dem, rein aus dem menschlichen, gesellschaftlichen Standpunkt eigentlich ein sehr schönes, ein, ja, ein wirklich schönes Feature. Gut, dann gehen wir aber jetzt zurück nach diesem kurzen emotionalen Ausflug, gehen wir wieder zurück zu unseren Magic Wand. Das Magic fehlt, der Wand auch eigentlich, weil das war das, was überbleibt, ist also dieses halbe, Viereck, Rechteck, das immer wieder anzeigt, da gibt es was Wichtiges. Warum gehe ich da jetzt gerade auf die Grammatik? Weil gerade natürlich bei der Grammar sehr oft dieses Hilfezeichen verwendet wird in Band 1 und 2, besonders auch bei den Grammar Spots und deshalb gleich als Hinweis, es gibt ja nicht nur die Grammatik im Buch, es gibt ja auch das Grammar und How-To-Heftchen. Zu den Grammar Spots. Die Grammar Spots standen ja schon bei Band 1 und 2 für das situative Einführen in typischen Grammatik-Kontexten. Die Schülerinnen, dass, wenn sie heute vor einer Woche beim Webinar von der Tanja Greil waren, die ja das ganz, ganz wunderschön erklärt hat oder erläutert hat, wie wichtig es ist, dass die Schülerinnen auch aktiv beim Grammatiklernen dabei sind und einbezogen werden und dann eben Formen und Verwendung selbst auch entdecken können, aktiv selbst entdecken können, statt eine Table oder eine Rule nur hingeschrieben zu bekommen. Die Grammar Spots sorgen also dafür, dass eine situative Einführung in typischen Kontexten möglich ist und die Schülerinnen haben dann die Möglichkeit, das eben das selbstentdeckende Lernen zu üben und mal drauf zu kommen, ja, wie gehe ich denn das überhaupt an? Aber mit dem es ist ja nicht getan, das hat ja auch die Tanja vorige Woche betont, es muss ja auch dann noch gefestigt werden, es muss, die Schüler müssen sich dann ganz einfach mit dem das auch wirklich aneignen, damit sie es auch abrufen können. In ESE3 gibt es jetzt immer diese Your-Turn Abschnitte, das heißt, so jetzt bist du dran, jetzt kannst du üben und das sind einfach eine Menge an weiteren Grammatikübungen, die natürlich kommunikativ orientiert sind zu diesen neuen Strukturen, die dann eben durch die Übung, Wiederholung, Einprägung, den Transfer in eine konkrete Kommunikationssituation, sei es jetzt schriftlich oder mündlich, ermöglichen. Auch da kommen gleich noch Beispiele, lassen Sie vielleicht noch ganz kurz hinweisen, Informationen, seien es jetzt landeskundlicher Art oder kleine Merksätze, finden Sie natürlich auch wieder, so wie es die Schüler gewohnt sind, in diesen halben Rechtecken und dass sich natürlich gerade auch in diesem Bereich sehr viel Differenzierung, Individualisierung und Personalisierungsmöglichkeiten ergeben, möchte ich gleich einmal ein bisschen herzeigen. Zuerst haben wir da einmal den Grammar Spot, das ist der Conditional 2. Man bezieht sich zuerst einmal auf Texte, die die Schülerinnen schon durchgearbeitet haben und schau dir einmal den Text an, dann Kreise, also das Wort if und die jeweiligen oder unterstreiche Highlight, wie immer, es hat auch die Tanja vorige Woche sehr anschaulich dargestellt, die Verbformen. Dann gibt es ein Beispiel und dann werden die Schüler aufgefordert, complete the rule below with the words from the box. das heißt, sie sollen sich jetzt die Regel sozusagen selbst formulieren, haben aber immer noch die Hilfestellung der Wörter, die eingefügt gehören. Und auch da sieht man schon dieses subtile Differenzieren, denn Lernstärkere Schülerinnen brauchen das vielleicht gar nicht, Lernschwächere sind froh und werden das dann entsprechend einsetzen können, haben aber auch ihre Rule entsprechend formuliert. Dann schauen wir uns den Your Turn an, auch wiederum der Conditional, die If Chain. Ich meine, das ist ja eine Grammatikübung, die ja so fast schon, ich traue mir es gar nicht zu sagen, aber irgendwie an die Drill-Übungen erinnert, was ja in Easy nicht so der Burner ist, aber sie können also diese If Chain jetzt mal fertigstellen, das heißt eine Gap Fill Aufgabe, nicht mehr und nicht weniger. Im zweiten Teil finden sie dann eine YouChoose Aufgabe, zu dem kommen wir dann auch gleich noch. Das ist also auch die nächste Möglichkeit für das, was die Tanja immer wieder als abwechslungsreich, unterschiedlich, verschiedenste Möglichkeiten anbieten, immer wieder auch betont. In diesem Fall gibt es also die Möglichkeit für Schülerinnen, sie können sich irgendeinen, sie können entweder mal das machen, okay, dann haben wir das mal erledigt, sie können sich irgendeinen Satz daraus aussuchen und ihre Chain damit anfangen und dann halt weitermachen. Das ist mal die eine Möglichkeit, was auch für sicher eine Schülergruppe leichter ist, weil sie sich einfach schon an fertigen Sachen anhalten können und dann eben nur mehr drüber nachdenken, nicht mehr so sehr über die Struktur, sondern mehr eben, wie schreibe ich weiter, was sind so die nächsten Schritte in der Chain oder die nächsten Kettenglieder oder start your own If-Chain. Also ich kann auch ganz was anderes, es muss auch nicht zu diesem Thema oder irgendwas sein, ich kann irgendeine If-Chain machen, für lernstärkere, schnellere Schülerinnen sicher, eine gute Möglichkeit. Und es sind auch für die wieder ein paar Tipps gegeben, zwei Beispiele gegeben, wo sie also weiter machen können. Ja, dann, nachdem wir jetzt mal die Grammatik ein bisschen angeschaut haben, gehen wir mal gleich zum Wortschatz über. Wortschatz als das ein ganz, ganz wichtiger Teil in Easy, nachdem Easy sich ja dem Lexical Approach nach Michael Lewis verschrieben hat und vielleicht kennen Sie schon den einen oder anderen Wortschatz Artikel von Natania Greil oder Sie waren auch schon bei einem oder anderem Wortschatz Webinar dabei, dann sind Sie ohnehin schon Spezialist in, Klammer zu, aber auch da hat sich was geändert. Sie können sich erinnern, in Part 1 und 2 hießen diese halben Seiten jeweils My New Words. Diese My New Words haben sich jetzt, es werden nicht nur, der Wortschatz wird ja nicht nur größer, umfangreicher, aber auch natürlich darum wieder ein bisschen komplexer und wir schauen halt jetzt nicht nur auf Bild, visuelle Erklärungen als Pictionary oder die Phrasen und Communicative Phrases, die wir den Schülerinnen schon immer angeboten haben, damit sie sich leichter tun, sondern da geht es eben jetzt wirklich schon um ja aktives arbeiten mit neuen Wortschatz und wirklich ausbauen, nicht mehr auf, sondern mehr oder weniger auf, auch noch, aber aus ist fast schon wichtiger. Und diese Working with Words sind nun eine ganze Seite pro Unit im Buch und wie ich es auch unten schon nochmal notiert habe, es sind auch im Vocal and Sounds vier Seiten Wordlists, die nicht nur die Impulse A und B, sondern auch die Your Pages und die Your Challenge, also die Differenzierungsseiten und Materialien beinhalten. Wichtige Unterstützung beim systematischen Aufbau des Repertoires an sprachlichen Mitteln. Und dieses Repertoire an sprachlichen Mitteln, dazu gehört natürlich einerseits die Grammatikstrukturen und andererseits natürlich der Wortschatz. Und das sind die Voraussetzungen schlechthin, die ich brauche, um kommunikative Aufgaben zu bewältigen, sei es jetzt schriftlich oder mündlich, das ist in dem Fall egal. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass dieses Spektrum an sprachlichen Mitteln ist ein Zitat, das gilt eigentlich oder das steht auch in den Beurteilungsrastern, die ja erarbeitet wurden, eigentlich als eigene Säule drinnen. Also das ist jetzt zwar keine Skill, ist aber eine eigene Säule für die Beurteilung. Und je größer das Repertoire an sprachlichen Mitteln ist, dass sich die Schüler arbeiten können, umso leichter werden sie verschiedene Writing und Speaking Tasks, produktive Tasks, also nicht mehr nur nichts mehr rezeptiv, sondern produktive Tasks in dem Fall, auch erfüllen können. Und diese aktive Auseinandersetzung mit Wörtern und deren Verwendung, die kann natürlich auch wieder unterschiedlich aussehen. Und da schauen wir uns vielleicht auch wieder nur ein paar Beispiele nur zur Illustration an. Ich möchte mich da nicht sehr lang aufhalten, aber Sie sehen da zum Beispiel bei diesen Working with Words, ich habe nur ein paar Screenshots jetzt da rausgeholt, da gibt es also eine Mindmap. Verschiedenste Arte und Weisen, aber in dem Fall halt eine Mindmap. Dann die Odd One Out sind Aktivities, die Sie kennen, die aber sehr, sehr praktisch sind, um jetzt mal wie gesagt über die Wortliste hinaus zu denken und die Wörter auch in einem Zusammenhang, im Kontext und auch in der Kollokation zu sehen. Dann haben wir da die Wortfamily. Also werden da zum Beispiel ein paar Beispiele schon eingetragen und da haben die Schülerinnen also dann die Möglichkeit selbst noch welche einzutragen, teilweise auch noch welche zuzeichnen oder auf einem extra Blatt zu zeichnen. Also da wiederum mehrere Möglichkeiten. Kollokationen. Feedback Language finde ich auch recht interessant, muss ich ehrlich sagen, dass das da eben auch beim Wortschatz drinnen ist, denn Giving Feedback ist ja ohnehin nicht so das Einfachste. Da tun sich, das ist in der anglosexischen Kultur ja irgendwie ganz anders, aber im Deutschen da kommt schon mal schnell ein Nein oder Blödsinn oder sonst was oder finde ich. Ja, es gibt Arten und Weisen Feedback zu geben und es ist auch ganz wichtig, wenn die Schüler das lernen, denn sie sind ja mehr und mehr aufgefordert mit ihren Kolleginnen zusammen kooperativ zu arbeiten zu sprechen bei verschiedenen Aktivitäten wie gesagt zusammen zu arbeiten und gerade da ist es auch wichtig, dass das korrekte Feedback geben das ist dann natürlich auch hier schon die sprachlichen Mittel dazu erhalten. Word Formation Das finde ich auch sehr wichtig ist das erste das einem da natürlich in den Kopf kommt ist Testformat bei der Matura bei der Reifeprüfung aber da geht es eben auch um Wortstamm welche Endungen welche Präfixe was wie wie hängen diese Wörter zusammen welche Wortklassen singt das dass die Schüler einfach einmal das Gefühl auch kriegen es gibt mehr als nur die Basic Wörter die ich verwenden kann und es beschränkt sich nicht alles auf have be und say sozusagen also jetzt nur mal ganz vereinfacht ausgedrückt dann eine Technik die sie vielleicht kennen vielleicht auch schon ausprobiert haben Placemat also da geht es faktisch darum dass in jeden dieser Quadranten Wortschatz reingeschrieben werden soll der eben zu dieser entsprechenden Headline passt dann tauschende Schüler schreiben auch wieder was dazu das soll sich auch eine kooperative Technik die also gerade auch im Hinblick auf wir lernen ja nicht nur miteinander sondern auch voneinander für die Schüler eigentlich sehr viel hergibt und uns auch in der Altersgruppe gerade recht interessant werden kann und dann Word Pairs also einfach sich mal zwei Wörter anzuschauen die vorgeschlagen sind und rauszufinden gehören die jetzt zusammen oder sagen wir so sind die jetzt Synonyme sind sie Antonyme können sie miteinander verwendet werden oder passen sie überhaupt nicht zusammen also Kollokationen und ja wie gesagt generell Meanings in Klammer ja also soweit zu den einmal zu den Aufgabentypen die sie da finden also wiederum sehr viel Raum auch für Differenzierung Individualisierung Personalisierung dann gibt es noch Paraphrasing also Paraphrasing Definitions wird auch immer wichtiger also es geht einfach darum einen Terminus mit anderen zu ersetzen es geht einem ja oft so besonders beim Schreiben dann aber auch beim Sprechen aber beim Schreiben vielleicht merkt man es noch viel mehr dass einem gerade das eine Wort nicht einfällt ja wie schreibe ich mich denn oder rede ich mich jetzt um diesen Blank herum und kann trotzdem irgendwie ausdrücken was ich meine für die anderen verständlich dann Definitionen natürlich und ja Adjektive mit Antonymen also mit Gegenteil ist auch eine Übung die die immer sehr hilfreich ist weil wenn man man sieht einfach nicht mehr nur das eine Wort sondern man sieht einfach schon ein zweites und hat schon wieder einen Aufhänger und einen nächsten Schritt für die Wortschatz und da natürlich so Word Clouds ist auch etwas das die Schülerinnen wahrscheinlich sehr gerne machen können wenn sie ja wenn sie sehr mit Farben und so weiter arbeiten sehr viel dann sind natürlich auch diese Word Clouds eine Möglichkeit Ja und noch hinweisen möchte ich auf eine ganze Seite mit Tipps und Strategien wie das Vokabellernen ja einfach ist es wahrscheinlich für die Schülerseite weniger aber es gibt Strategien und einfach Methoden Tipps die wirklich helfen die sind da gibt es einige Vorschläge es muss jeder Schüler ausprobieren und rausfinden was für ihn passt oder nicht wir haben auch dann da noch unten Sie sehen da zwei QR-Codes wir haben hingewiesen es gibt sämtliche Wortschatz Listen auch in Quizlet als Quizlet Sets redaktionell bearbeitet eben von von unseren Lektoren dann es gibt die interaktiven Flashcards im E-Book Plus auch eine wie gesagt Band 1 und 2 sehr interessante Art und Weise mit Vokabel gibt es eben auch dann wird es dann auch für Band 3 geben und die QR-Codes führen dann noch zur Easy-App wo es natürlich auch eine Menge an Wortschatzübungen gibt für Band 1 und 2 gibt es es ja schon für Band 3 kommt es natürlich auch für Beginning of the School also September so und dann schauen wir uns jetzt die Your Page and Your Challenge Abschnitte an da gehen wir also jetzt fordern und fördern Struktur Differenzierung Individualisierung Personalisierung ich darf nur erinnern dass bezüglich Komplexität das haben wir auch schon bei Band 1 und 2 immer wieder betont halten wir es damit Web Steps of Knowledge Modell wo es also natürlich im Jahr 1 und 2 eher auf Niveau Web 1 und Web 2 sich natürlich abspielt im Band 2 haben wir schon ein bisschen Web 3 aber hier geht es dann auch schon im Band 3 ist also natürlich Web 3 aber auch dann schon teilweise Web 4 ja schauen wir uns mal ein paar Sachen an ich erwähne es jetzt nur einmal wir haben also die You First Tasks wir haben die 4 Experts wir haben You Choose wir haben Your Pages und wir haben Your Challenge schauen wir uns gleich Beispiele an bei den You First Tasks geht es eigentlich um Einstiegs Aufwärmtasks vor Texten die dann eben das das Thema eben bearbeiten oder darstellen da geht es uns hauptsächlich darum dass die Schüler ja ein bisschen entweder in dem Fall sich erinnern auf irgendwas oder dass sie wirklich ihre eigene persönliche Meinung ausdrücken können da geht es wirklich um Personalisierung wo wer was aber da geht es um den Schüler selber um seine um seine ja Befindlichkeiten wann hast du was das letzte Mal gemacht und so weiter und so fort ähm beim Generation Gap äh wer glaubst du schaut mehr und so weiter say why or think so give examples also diese You First sind durchwegs wie Sie ja schon aus den Beispielen ja sehen können äh also Sprechanlässe äh äh um in ein Thema einzusteigen und auch natürlich um irgendwo schon ein bisschen bekanntes Vokabular zu aktivieren also ein bisschen äh das Ganze mal aufzuwärmen äh dass es auch da schon wieder Differenzierungsmöglichkeiten gibt äh kann ich im Rahmen dieses Webinars jetzt nicht so wirklich darauf eingehen aber seien Sie versichert es wird Webinare geben wo wir uns dann noch einzeln mit allen auseinandersetzen ähm und äh Ihnen da auch noch more in-depth äh Teaching-Tipps äh geben können jetzt mal so viel aufwärmen meistens äh Speaking-Prompts also äh Sprechanlässe äh dann gehen wir gleich zu den zweiten Forexperts wie schon der Name sagt da geht es um komplexere Tasks ähm die auch kognitiv anspruchsvoller sind ähm ähm teilweise mehrteilig aber auf jeden Fall wenn Sie sowas anschauen äh da geht es zum Beispiel darum man soll ähm die Texte lesen und dann äh Namen von Musikfestivals ähm eben zuordnen zu den jeweiligen äh hier angegebenen ähm angegebenen Beschreibungen ähm ähm ja also es geht aus dem aus dem Text hervor es sind drei da habe ich aber sechs das heißt ich habe es bleiben mir drei über die nicht dazu passen die ich also nicht matchen kann und ich könnte jetzt natürlich sagen nimm eins von denen und schreib äh einen kurzen Text dafür das ist natürlich eine Möglichkeit aber äh die ich auch den Schülerinnen durchschnittlich vielleicht lernschwächeren langsameren Schülerinnen anbieten kann ich kann ihnen aber auch anbieten den schnelleren for experts also erstens mal finde dir einen Partner schreibe einen kurzen Text aber so einen der Titel die die du hier nicht brauchst ja also da sind schon mehrere Denkschritte das brauche ich glaube ich eh nicht näher drauf drauf eingehen erstens ich überlege mal was war das was ich nicht gebraucht habe worüber will ich schreiben ich äh muss schau dann dass ich den kurzen Text äh von circa 100 Wörtern schreibe das Ganze ich brauche aber noch einen Partner dazu also das ist schon wie gesagt äh kognitiv definitiv anspruchsvoller als jetzt das reine Matching ja und da gibt es also verschiedenes wir haben ja eine Rosa Parks äh Geschichte da geht es also faktisch darum äh aus der Perspektive des Buslenkers oder eines äh Polizisten ähm da die Situation zu beschreiben äh einen Dialog zu schreiben und den dann auch nachzuspielen also ich muss erst mal wissen worum es genau geht muss man dann das herholen muss dann Dialog schreiben und so weiter ja gibt es also die verschiedensten ich glaube Sie sehen dass hier auch die äh inhärent drinnen ist dann gehen wir zu den Your Choice äh äh da rufe ich wieder Tanjas äh Ruf nach nicht nur ihrer sondern einfach die die Wichtigkeit der Abwechslung und der verschiedenen Möglichkeiten sich einer Aufgabe zu nähern in Erinnerung ähm beschreibe deinen Best Friends Forever beschreibe deinen besten Freund deinen besten Freundin oder there's always immer bei den You Choose zugegen the friend of your dreams oder beschreibe the friend of your brother kann auch sein we want we want change also schreib über etwas das dir wichtig ist was dir zum Beispiel wie du etwas irgendwann einmal geändert hat das ist also ein ganz persönliches äh persönliche Aufgabe wo der Schüler nur sich äh ähm erlebt seine Erfahrungen eben da niederschreibt sofern er welche hat oder relativ allgemein Guy Fawkes if we want to change things we sometimes have to take risks das ist ein sehr doch eine relativ allgemeine Aussage in der sehr viel ähm drin steckt die Frage ist äh what risks would you take also wie weit würdest du denn eigentlich gehen und äh was meint er denn jetzt überhaupt damit und was findest du ist okay und was geht vielleicht was schießt übers Ziel hinaus wenn ich da nur an Zeitungsberichte denke wo junge Leute also als Mutprobe auf irgendwelche Waggons äh klettern und dann ähm dann also einen Stromschlag erleiden dann denke ich mir ja mein äh taking risks is one thing aber where's the limit und wie gesagt auch da wiederum durchaus die Möglichkeit einerseits zwar schriftlich andererseits auch möglich äh äh also als Sprechanlass damit äh viel zu machen also Tipp ähm somit glaube ich Beispiel da hätten wir jetzt eine Seite äh von von der von Your Pages ähm nur damit Sie ein bisschen sehen also die Aufgabe per se äh ist hörte den Text an und dann beantworte die Fragen True-False für Experts mach ein Poster und da kam nicht noch so viel Leute drauf also dieses einfach diese nächsten Schritte zu machen ähm und wie gesagt in dem Fall auch wieder ein bisschen äh anspruchsvoller ja oder auch hier beim Survey also einerseits natürlich äh eine ein Graph beschreiben das zeige ich Ihnen jetzt kommt die gleich als nächstes da also fast als nächstes und dann die Aufgabe ähm erklär mal diese diese was also mal rein dieses Chart zu beschreiben und zu erklären aber dann im Teil 2 von dieser mehrteiligen Aufgabe äh what are the two main things you argue with your parents about explain to a partner choose reasons und da habe ich wieder die Möglichkeit zu differenzieren entweder du siehst dir da was aus oder du siehst du hast was eigenes also auch da wieder die Möglichkeit äh die Differenzierung Individualisierung und Personalisierung so weit als möglich zu machen ähm so eine Doppelseite your pages ähm ja sie brauchen sich nur eine aufzuschlagen da haben sie dann natürlich alles drinnen was äh nötig ist wir haben die your turn Aufgaben wir haben eine eine Höraufgabe ein your turn special info wir haben die Textsorte äh review äh wir haben true false Aufgaben drinnen wir haben einen einen Text diesmal eben als Dialog und äh mit einer nachher mit einer Aufgabe also wiederum true false dann gibt es noch Fragen dazu dann habe ich eine forexperts Aufgabe also da habe ich wirklich äh so viele Möglichkeiten drinnen und überall ist dieses ähm den Schülerinnen anpassen an ihre jeweilige Leistungsmöglichkeit also vorausgedacht und ich kann sie ja nur noch mal kurzer Hinweis es wird ja auch hier wieder einen Teachers Guide geben mit äh ja einen sehr umfangreichen wieder mit allen möglichen Dingen also ja da können wir ihnen noch genug anbieten das wäre jetzt eine Your Challenge Seite die unterscheiden sich auch vielleicht wichtig dass Your Pages ist ein dunkleres Blau das Your Challenge ist ein helleres Blau also kennt man auseinander und wie ich schon zuerst gesagt habe und wie es auch bei ähm My Task im Band 1 und 2 der Fall war das sind manchmal wirklich Hands-on Aufgaben also haptische Tasks und äh diese Your Challenge Aufgaben sind auch äh oder Seiten sind auch geprägt dadurch dass die Aufgaben meist offenere Aufgaben sind und daher natürlich auch die Resultate ähm jetzt nicht nach Schema F sind also jeder Schüler arbeitet innerhalb seines eigenen Leistungslevels seines Vermögens und äh das wird dann natürlich ganz verschieden unterschiedlich ausschauen aber jeder hat sein seine Aufgabe entsprechend gelöst der schwächere Schüler auf andere Art wie der bessere aber es ist äh wie gesagt es ist dieselbe Aufgabe es ist nicht du brauchst nur das zu machen sondern es dieselbe Aufgabe ja dann das wäre noch so ein Beispiel für ein Mini-Project Being a Good Friend äh da geht es also um hauptsächlich um Musik und äh es gibt also werden sind verschiedene Songs äh zum Thema Freundschaft eben vorgeschlagen mit allen möglichen Aufgaben Tasks dazu ähm also den Song sich natürlich mal anzuhören dann die Lyrics anzuschauen ähm dann mal worüber geht's was ist was ist das das Thema des Liedes ähm gibt's da vielleicht sogar ein eine eine Zeile oder einen Reim der dir besonders zu Herzen geht der dir besonders gefällt ja und eben was ist Freundschaft wie wird das immer beschrieben also äh dann die Feelings auch Happy Sad Angry Sentimental also da geht da können die Schüler schon wirklich sehr ähm in Depth auch arbeiten mit diesen auf diesen Seiten gut jetzt sind wir endlich äh bei Eric und Elvis die zwei symbolischen Neuen ähm ich habe ja schon erwähnt dass Abband 2 das Lesen äh der Stellenwert des Lesens in Easy äh nicht nur bemerkbar ist sondern auch immer wieder betont wird und immer wieder weiter äh entwickelt wird hier geht's jetzt ähm diese beiden äh Burschen da haben auch pro Topic äh jeweils drei Lesetipps und drei Videotipps äh für ihre Schülerinnen parat äh anhand deren man dann natürlich auch äh die verschiedenen sonstigen Tipps die sie noch haben nämlich die Pre-Wile und Post-Reading und Viewing Activities sehr gut äh anwenden kann ähm diese ganzen Activities die ihnen natürlich ein Begriff sind äh werden auch den Schülern gleich äh wirklich gezeigt schau das kannst du alles vorher machen so das und das könnt kannst du könnt ihr während des Schauens machen kann man auch in der Klasse verschieden aufteilen weil da gibt es ja eine ganze Menge also äh das da kann man so viel draus nutzen das ist wirklich glaube ich ein Schatzkästchen an Möglichkeiten und vor allem weil es nicht nur sie wissen und ihren Schülern weitergeben sondern weil es die Schüler gleich vor sich haben und sehen das und das kann ich alles machen auch wenn ich vielleicht mal allein an etwas arbeite ja ähm diese Reading Tipps sind natürlich und Viewing Tipps sind natürlich thematisch geordnet also sie haben jeweils mit einer kurzen Beschreibung diese Tipps dabei ähm würde ich mal sagen wäre so das Minimal Programm äh für die schwächeren Schülerinnen aber natürlich äh oder bei Leseprojekten immer aus ausbaufähig und äh besonders wenn sie dann auch noch äh Classreaders zum Beispiel eine eine Reading Box oder eine Classreading Box haben oder so dann eignet sich sowas natürlich sehr um das natürlich zu machen brauche ich auch äh muss ich wissen wie ich zum Beispiel so einen Review schreibe und äh sie wissen ja in den Howtos äh das Spanner also der Schraubenzieherzeichen ähm ähm hier haben sie ganz äh langsam und schrittweise äh aufbereitet was muss ich bei so einem Book Review alles beachten eine Übersicht äh und so weiter also möchte ich jetzt nicht genauer darauf eingehen äh werfen sie bitte einen Blick drauf das ist circa eineinhalb Seiten also da haben sie wirklich da werden die Schüler bei der Hand genommen also das äh ist sicher oder hier fürs äh Watch and Analyze äh Videos auch da wiederum äh pre-watching while-watching post-watching Möglichkeiten also das äh da werden die Schüler wie gesagt gut unterstützt und ich muss ehrlich sagen ich kann mich noch gut erinnern wie wir bei unserem Oberstufenberg äh English in Context bei dem beim äh Companion damals die ganzen Skills also mit mit dem Text äh how to write äh die Textsorten wenn ich mir denke dass das alles zum Beispiel Sachen waren die wir äh ab der fünften Klasse für die für die Schülerinnen äh wiederholt haben jetzt haben sie schon in der dritten Klasse und kommen auch schon natürlich äh ja einfach auch äh für den weiteren Schritt die dritte Klasse ist schon sehr nah der vierten und die vierte ist die letzte in der äh äh in der in der Sek 1 also es hilft schon gut Sie sehen auch hier nochmal die Howtos also da geht es sowohl um Skills Reading Skills Listening Skills als auch um Writing Tasks ähm und Notetaking und alles mögliche ähm also auch da nochmal Schritt für Schritt mit den Anmerkungen wie gehe ich äh mit dieser Textsorte um wie kann ich sie nicht nur äh lesen äh also rezipieren sondern auch produzieren ja so weit so gut das waren jetzt einmal die wichtigsten Dinge äh lassen Sie mich bitte nur noch mal kurz wiederholen das äh gibt natürlich auch obwohl ich es hier nicht abgebildet hatte oder nicht darauf eingegangen bin auch das Easy Pad dem Übungsblock aus dem wiederum ähm kommen dann also im Pad haben Sie dann jeweils die Hinweise auf die E-Book Plus Übungen im äh Easy E-Book Plus in den interaktiven Übungen also wird genauso wieder funktionieren wie es jetzt auch bei Band 1 und 2 der Fall ist und die Easy App habe ich auch schon erwähnt ähm auch für Easy 3 wieder kostenlos ähm die Easy App es gibt ja es gibt ja wie Sie vielleicht äh mitbekommen haben ja auch eine Premium Version eine kostenpflichtige die kostet 9,90 für ein ganzes Schuljahr aber wenn man schaut was man für diese 9,90 kriegt also allein die Checkpoints zur Lernstandsüberprüfung sind 100 zusätzliche Aufgaben die da drinnen sind die neuen Übungstypen Listening und Speaking ist natürlich auch eine Sache ich persönlich finde das offline sehr interessant weil es ist einfach nicht immer Internet vorhanden und wenn die Schüler offline am Handy das machen können ist das natürlich auch super also wie gesagt die App die Basisversion das sind also so um die 280 bis 300 Übungen plus in Band 1 und 2 bei Easy 3 wird es auch in die Richtung gehen das ist noch in Produktion aber wenn man dann bedenkt plus 100 also Lernstands also Checkpoints wie sie dann heißen werden das ist schon eine ganze Menge zum Üben wo finden Sie Infos zu Easy ganz wichtig der Easy Blog falls Sie ihn noch nicht kennen bitte reinschauen da finden Sie wirklich Dinge die Sie über Easy die Sie sonst nirgends finden natürlich auch auf der Verlagswebsite unter diesem Link ist alles verlinkt wenn Sie die Unterlagen bekommen brauchen Sie nur draufklicken es gibt einen Leitfaden zum Band 1 einen Folder zu Band 2 und 3 und 3 und 3 und 4 wir haben die 10 Steps und wir haben eine ganze Menge von Blogbeiträgen didaktischen Blogbeiträgen von Tanja Greil zum Thema Wortschatz Grammatik und Differenzierung das sind Reihen zwischen 3 und 6 Blogposts die also wirklich sehr ins Detail gehen und Ihnen Easy wirklich das Konzept und die Methode Kinder Easy sehr gut näher bringen wenn Sie sonst noch Fragen haben dann gibt es einerseits den Easy Help Desk ganz einfach Easy at wäre das AT da beantworte ich gern sehr Ihre Fragen und natürlich die Kollegen die schon auf der ersten Folie waren bitte Sie freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme sprechen Sie einfach sprechen Sie sie an wie gesagt auch wenn Sie Prüfexemplare oder sonstiges brauchen Sie stehen gern für Sie zur Verfügung ja und ich bin somit am Ende angelangt Punktlandung ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Abend was Easy 3 betrifft oder überhaupt Easy betrifft würde ich mir wünschen go for it und für Sie alle und für uns alle ganz ganz wichtig bleiben Sie gesund ein das